Das Microsoft Surface Book 2 ist der Nachfolger jenes Geräts, das Microsoft als den ultimativen Laptop bezeichnet. Als es erstmals vorgestellt wurde, war das Surface Book genau das. Es sollte das ultimative Arbeitsgerät für unterwegs werden. Wir haben das Surface Book 2 für euch ausführlich getestet und verraten euch in diesem Video, ob es das viele Geld wert ist. Für das Surface Book 2 verlangt Microsoft nämlich außerordentlich viel davon. Das von uns getestete Modell mit Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation, 16 GB Arbeitsspeicher, einer NVIDIA GTX 1050 Grafikkarte und einem Terabyte SSD Speicher kommt nämlich auf stolze 3449 Euro. Dafür muss das Surface Book 2 aber auch eine ganze Menge können. Eine Besonderheit ist, dass es diese unglaublich leistungsfähige Hardware in die Form eines 13,5 Zoll Notebooks verpackt hat. Allein das ist bereits sehr eindrucksvoll. Dass es dann auch noch ein Tablet sein kann, das zu dem Touch- und Stiftunterstützung bietet, macht es vor allem für Profis im Kreativbereich interessant. Um diese Funktionalität anbieten zu können, musste sich Microsoft natürlich einiges einfallen lassen und diese Arbeit hat man sich bereits bei der ersten Generation des Surface Book gemacht. Grund genug, um beim Surface Book 2 wenig bis gar nichts zu ändern. In Sachen Design ist es praktisch nicht von der ersten Generation zu unterscheiden, jedoch haben sich einige kleine Details verändert. Kaum auffällig, aber für die Surface Reihe von hoher Bedeutung ist der USB-Typ-C Anschluss auf der rechten Seite, welcher den Mini-Displayport nun endlich ersetzt. Die markante Fulcrum Hinge bleibt und damit auch der bekannte Spalt. Es wurde darüber gelacht, vor allem in der Apple-Szene machte man sich gerne darüber lustig und Microsoft schaffte es nie wirklich diesen Spalt zu rechtfertigen. Grund dafür könnte wohl sein, dass man es immer wieder versucht hat. Immer wenn man über dieses außerordentlich innovative Fulcrum Hinge Scharnier gesprochen hat, entschuldigte man sich im selben Atemzug für diesen Spalt, der dadurch entsteht. Mittlerweile ist er Kult, er gehört dazu. Man kann sich damit abfinden oder auch nicht. Der Spalt ist auf jeden Fall da und das verleiht dem Surface Book 2 zugegeben auch einen gewissen Charakter. Mit dem Design des Surface Book 2 habe ich persönlich kein Problem, speziell nicht mit dem Scharnier. Es mag zwar dadurch in der Tasche etwas dicker sein, aber immerhin bietet es dafür auch einen Mehrwert. Verarbeitungstechnisch gibt es wie auch beim ersten Surface Book wenig auszusetzen. Gestört hat einige Nutzer das Wippen des Displays beim Schreiben und bei der Nutzung des Touchscreens, das man nun merkbar reduziert hat. Während des Tippens wackelt das Display nicht, jedenfalls nicht derart stark, dass es mir störend aufgefallen wäre. Die übrige Verarbeitung des Geräts ist makellos. Es gibt schlichtweg nichts, was man daran aussetzen kann. So wirkte die erste Generation auch, doch bei einigen Besitzern zeigten sich im Laufe der Zeit die Fehler. Es bleibt zu hoffen, dass Microsoft diese Probleme nun in den Griff bekommen hat. Bei der Tastatur des Surface Book 2 hat Microsoft die Mechanik leicht verändert, doch spürbar ist das glücklicherweise nicht. So hat das Gerät weiterhin eine der besten Tastaturen überhaupt und es ist wirklich ein gänzlich anderes Benutzererlebnis darauf zu tippen als auf allen anderen Notebooks. Dadurch, dass der weiße Aufdruck auf dem grauen Gehäuse wenig kontrastreich ist, muss man gelegentlich tagsüber die Tastaturbeleuchtung abgeschaltet haben, um etwas zu sehen. Und das ist auch wirklich das einzige Manko bei der Tastatur des Surface Book 2. Das Touchpad ist, wie auch die Tastatur im Surface Book 2 einfach phänomenal. Das Notebook bietet eine sehr große glasige Touchfläche für Eingaben, welche präzise reagiert, außerordentlich schnell ist und die Gesten immer zuverlässig ausführt. Das einzige Problem beim Touchpad ist, dass das Klicken doch recht laut ist. In ruhigerer Umgebung kann einen das schon stören. Es ist das einzige Manko bei einem sonst überragenden Touchpad. Kommen wir nun aber zum wirklich spannenden Teil beim Surface Book 2 und das ist natürlich die Leistung dieses 13,5 Zoll kleinen Notebooks. Wie es die Spezifikation vermuten lassen, ist dieser natürlich wundervoll. Der leistungsfähigste Intel Core i7 Prozessor der aktuellen U-Serie bringt zwei zusätzliche Kerne im Vergleich zu seinem Vorgänger mit, wodurch die Performance merkbar gesteigert werden konnte. Diese Kombination aus dem Intel Core i7 Prozessor und der NVIDIA GTX 1050 Grafikkarte mit 2GB VRAM bietet ausreichend Performance für Bildbearbeitung, Videobearbeitung und sogar Gaming. Viele etwas aufwändigere Aufgaben können am Surface Book 2 fühlbar mühelos erledigt werden. Selbst GTA 5 läuft bei mittleren Einstellungen in Full HD Auflösung flüssig auf dem 13 Zoll Laptop, der sich mittels eines Tastendrucks auch zum Tablet verwandeln lässt. Besonders beeindruckend dabei ist, dass das Surface Book 2 selbst unter Volllast nicht gerade laut oder heiß wird. Microsoft scheint sehr viel Zeit an der Optimierung verbracht zu haben, sodass sich die Lüfter nicht schnell für einige Sekunden einschalten, wenn eine Schwelle überschritten wird. Nur an der Tableteinheit spürt man gelegentlich leicht die Erwärmung, jedoch wird es nie wirklich heiß. Dadurch, dass der Prozessor in der Displayeinheit ist und die Grafikkarte in der Tastatur, sind diese Komponenten sehr weit voneinander entfernt, was für die Kühlung natürlich optimal ist. Gewisse Vorteile hat dieses Konzept aus technischer Sicht also doch. Trotz der leistungsfähigen Spezifikationen hält das Surface Book auch außerordentlich lange durch. Die Akkulaufzeit des neuen Surface Book 2 beziffert Microsoft mit 17 Stunden, was bei alltäglichen Bedingungen natürlich übertrieben, aber nicht ganz unrealistisch ist. Im Alter kamen wir beim Surface Book 2 auf eine Laufzeit zwischen 11 und 13,5 Stunden bei mittlerer Helligkeit. Auffällig ist, dass der Akku in der Displayeinheit deutlich schneller verbraucht wird als bei der ersten Generation, wahrscheinlich aber weil er gleich groß ist und nun deutlich stärkere Hardware mit Strom versorgen muss. Im Dock befindet sich beim Surface Book 2 allerdings ein deutlich größerer Akku im Vergleich zum ersten Surface Book, wodurch sich eben diese deutlich bessere Laufzeit ergibt. Die von Microsoft genannten 17 Stunden sind bei niedriger Helligkeit und beim Filmeschauen offline durchaus zu erreichen. Voll ausgelastet kommt das Surface Book 2 auf eine Akkulaufzeit von etwa 3 Stunden, wobei das Notebook hauptsächlich durch Gaming derart beansprucht werden kann. Mit dem Surface Book 2 hat Microsoft sein Meisterwerk vollbracht. Mit der Bezeichnung als den ultimativen Laptop verspricht Microsoft kein Wort zu viel. Man liefert genau das, ein ultimatives Arbeitsgerät für unterwegs. Es ist perfekt verarbeitet, sieht gut aus, ist sehr portable, bietet eine unglaubliche Performance für diesen Formfaktor und eine genauso lange Akkulaufzeit. Obendrauf gibt es ein phänomenales Display samt Stiftunterstützung und nativer Surface-Dial-Unterstützung. Mehr kann man von einem 13,5 Zoll Notebook einfach nicht verlangen. Mehr Informationen auf www.dial-Untertitel-Untertitel-Untertitel-Untertitel